Der heilige Nikolaus wird dieses Jahr nicht kommen. Stattdessen kommt ein finsteres Wesen. Sein Name ist Krampus. Was zum Teufel ist Krampus? Krampus? Laut Schreien hilft auch nicht. Krampus? Ja, der böse Geist von Weihnachten. Wollt ihr sehen, wie Krampus aussieht? Krampus hasst alle bösen Kinder. Erwachsene Männer in Österreich sorgen dafür, dass die Legende weiterlebt, indem sie sich als Krampus verkleiden. Krampus. 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 Sein Name ist überall. Aber wer ist Krampus? Entstanden aus heidnischen Bräuchen. Übernommen von den Germanen. Bestraft dieser fürchterliche Geselle von St. Nikolaus. All diejenigen, die sich nicht benehmen. Erschlägt sie mit Zweigen, steckt sie in seinen Sack und wirft sie in die Hölle. Mit seinen riesigen Hörnern und Hufen jagt Krampus seit Jahrhunderten Kindern Angst ein. Und nun erobert er die große Leinwand. Universal Pictures und Legendary Pictures präsentieren ein neues Gesicht eines uralten Mythos. Krampus, du willst nicht auf seinem Zettel stehen. Ab 3. Dezember im Kino. Präsentieren Wirkupp im Kino. Zeitung in Ent мног toner us Veilig